und damit meine lieben damen herren verwandte unverwandte und was weiß ich nicht alles herzlich willkommen zurück zu let's play es würde jetzt bei alles durchgängig aber eigentlich ist es ja watchdokse da wird schon immer genau zu und dann doch mal das hier vor die klasse mucke gerade yo 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 das ist aber die falsche richtung sehe ich gerade dann wenden wir mal ja herzlich willkommen zurück guten morgen erst mal es ist frühs ohr frühs ohr sieben also ich bin so durch aber ich habe den gerade gar nicht mal gesehen ich bin so durch im kopf gerade das ist nur unnormal ich habe das letzte mal geschlafen vor ich habe keine ahnung das ist auch schon eine ganze weile her ja es muss um sieben ich habe noch nicht geschlafen und nehme das gerade auch auf und es kommt wieder raus also ich bin wieder knapp davor wie bei watchdokse halt immer moment wo ist es immer ja das ist immer auch schade ich dachte das kann ich durchfahren so nehmen wir sind zu connection irgendwas und ja gut beinahe hätte ich gut gedriftet aber nur beinahe die mucke ist gerade voll geil wir fahren durch die großstadt und haltet an den verkehrsregeln was ich und ja gut ich parke das auto ordentlich irgendwie komme ich da nicht rein hallo ich hätte gern ja genau hallo so ich hätte gern wie geht es gut wie geht habe ich überhaupt 13.000 nach ich würde mir lieber so eine 40.000 euro ich weiß doch mal ein bisschen sparen überlegen sie nicht zu lange ja so also müssen wir ein bisschen wieder hacken und so ein zeug hier weil wir brauchen nicht mal 40.000 so eine geile waffe das ist ein kleines auto alter so weil das so viel geisterfahrer heute wieder hier das ist unnormal mein gott mein gott mein gott das ist ein kleines auto alter so wir sind auch nicht da sehe ich so bremsborn so wie es aussieht komme ich hier durch ich hoffe es nein ich habe keine waffe das hat sich nur so angehört ich komme mir nicht durch aber ich kann hinten glaube ich lang ja genau hier jetzt lang was geht mit denen los ich glaube ich habe angst weil ich einmal geschossen habe du musst nach hause genau die default bande ne bedingungen du willst du gar nichts verkaufen ich kaufe nämlich nichts aber sag ich dir zu gott das ember niki und ich haben uns hier gerne film angesehen jetzt ist es nur noch ein tanz die folge hat uns sicher bemerkt ist wahrscheinlich wartet na dann suchen wir den herrn mal auch nicht auch nicht auch nicht ja ich möchte aber gern durch jetzt bin ich verwirrt wie jetzt sie wurden entdeckt ich dachte ich soll aber nur in die vorzunehmen sind betreten sie unauffällig ach ich sollte vielleicht mal missionen durchlesen die langen Unauffällig Irgends hier ein Profil von Default an Okay, das wird lustig jetzt Auch du bist nicht Default Aber nicht schlecht, wie man Feten schmeißt, weiß er Na dann Wo bist du mein Kleiner, wo bist du, he? Ich glaube, ich weiß, wo er ist Moment Da war doch gerade noch eine Ach nee, das ist hier einfach noch eine Na, wo bist du, komm her? Ich glaube nicht, dass ich das hoch darf Okay Ich kann hier gerade aber auch keinen mehr hacken Was, warte mal Folge mir nach 127.001 Wo ist denn 127.001? Hä? Alter, der hat sogar eine übelste Maske von dem Da muss ich auf jeden Fall Kohle haben Legen Sie Profile und von gestern Ja, das habe ich ja gemacht Soll ich ihm irgendwo hinfolgen, aber Was bringt mir diese Aussage? Ah, da hinten war was? Moment Ähm Okay Okay Er hat mich gerade was gefragt Fuchsjagd soll lustig sein Der spielt echt Hardcore mit uns hier gerade Einkommen 4,4 Millionen Schon klar Ach, ist er das? Warte, das ist doch die Da ist er doch Okay Er sieht uns also die ganze Zeit Ach, guck mal hier, das sehe ich nicht Aiden kriegt die Ratte nicht Okay Wo ist das denn? Geht's denn hier los? Okay Okay Das ist kompliziert Okay Okay Ach du meine Güte, was ist das denn? Nicht 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 Okay Okay Na klasse, ich hab's schon aktiviert Das hatte ich eigentlich nicht vor Das hatte ich eigentlich nicht vor Ja, ist mir schon klar, dass ich keine Zeit mehr habe Ähm Ähm Okay Alter, was ist das denn? Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Why Ähm, da fließt durch, da fließt durch, da fließt durch, da fließt durch, ähm, da fließt durch, da fließt noch nicht durch, dazu muss ich erst, hier, hier. Alter, es kann ja gar nicht wahr sein, wie schnell soll ich denn da reagieren können. Ich glaube, ich muss einfach nur aufpassen, dass ich die Dinger nicht aktiviere. Okay. 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 Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich verkack das wieder, ich seh das. Oh. Ja, ich bin drinne. Oh, ja, ich bin drinne. Verfolgen sie wie folgt bis zum Dach. Achso. 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 Das ist...